hallo ihr lieben willkommen zu einer neuen goldwasch folge ich habe wie versprochen bin ich jetzt wieder an dem etwas komplizierteren bach wo ich letztes mal aber trotzdem dass die rinde schlecht lief ein paar kleine filter finden konnte heute habe ich auch mal einen eimer dabei also das heißt ich kann ausreichend material vor sieben ich habe jetzt allerdings schon ziemlich viel zeit damit zugebracht diesen kleinen damm aufzuschütten weil der bach momentan wesentlich weniger wasser führt als das letzte mal und ja jetzt muss ich das irgendwie aufstauen und ich bin mal gespannt wie die rinde durchzieht und ich werde den dann auch noch ein bisschen verstärken dann mit dem ausgesiebten material und ja ich fange jetzt mal an und dann schauen wir ich wünsche euch viel spaß bei dieser goldwasch folge so ich habe jetzt schon mal hier ein kleines löchlein gegraben wo ich material entnommen habe die rinde ja sie läuft nicht so gut ihr seht hier im oberen bereich die feinriefenmatte verstopft noch also da ist der winkel nicht steil genug müsste ich eigentlich noch weiter aufstauen hier mittleren bereich läuft sie ganz gut über die prospektions matte und ja hier bildet sich dann wieder so ein kleiner punkt wo sie so ein bisschen voller wird aber das gröbste wird rausgewaschen und ja ich habe jetzt schon einen halben einmal habe ich jetzt durchgewaschen ich brauche halt zeit dafür weil ich muss darauf achten dass ich sie ein bisschen nachspülen lasse damit sie halt nicht zu doll verstopft und ja ich werde mal gucken wie viel ich schaffe heute und was wir dann rauskriegen ihr seht den vergleich zum alten bach wo wirklich alles optimal durchzieht ja und hier fehlt noch so ein bisschen die strömung ich bin mal gespannt wenn sie es noch ein bisschen mehr aufgestaut hat eigentlich müsste ich den damm hier auf der seite noch erhöhen ob sie dann noch ein bisschen besser durchzieht beim zweiten oder vielleicht ja ich war schon mal weiter und dann sehen wir uns noch mal ja 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 So, zwei Eimer habe ich durchgewaschen. Gold konnte ich jetzt so in der Rinde noch nicht entdecken, aber das heißt nicht unbedingt was. Ich glaube nicht, dass die Stelle so gut ist wie mein alter Bach, aber sie ist für mich ein bisschen schneller zu erreichen. Und ja, das ist jetzt eigentlich so der erste richtige Test, den ich hier mache. Zwei Eimer durchwaschen. Das letzte Mal war ich ja nur mit der Pfanne und dem Sieb hier. Und da habe ich vielleicht so ein Dreiviertel Eimer durchgewaschen, da hatte ich ein paar Körnchen drin. Ja, die Rinde ist so einigermaßen sauber gelaufen schon. Wie gesagt, sie läuft nicht so schnell durch heute. Und ich mache jetzt mal ein Clean Out und dann werdet ihr das Endergebnis noch sehen. So, das war's. Ich hatte ein paar Krümel drin, doch mehr als ich erwartet habe für zwei Eimer. Die seht ihr jetzt im Anschluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal auch für weitere Sondelvideos. Momentan ist mein Bauer wieder fleißig dabei, Felder zu bestellen, aber auch Felder zu ernten. Und ich hoffe, dass ich in nächster Zeit dann auch mal wieder los kann zum Sondeln. Ja, alles klar. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.